Zelda! Zelda! Zitat! 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 Was ist das? Zitat! Zitat. Zitat! Zitat! Was geht mit euch denn eigentlich nicht richtig, Mann? Wurz du! Ich konnte nicht zurück, da waren andere Menschen! Wurden Sie sich liebgehabt? Halt du doch Aufstand, Alter! Wir wollen mal ehrlich die Damen und Herren Polizistinnen und Polizisten beleidigen. Es gelingt, wenn wir sagen, was der Fall ist. Wer in diesem Land in den Polizeidienst geht, tut das unter der Bedingung und der Kenntnis, für Gewaltanwendung und Unmenschlichkeit juristisch nicht zur Rechtschaft gezogen zu werden. Das ist keine Beleidigung. Das ist einfach eine Formulierung dessen, was der Fall ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren Polizistinnen und Polizisten, ich bin außerordentlich froh, dass wir hier in der Bundesrepublik Deutschland einander gegenübertreten und nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Denn in den Vereinigten Staaten von Amerika ist es straffrei für einen Polizisten oder eine Polizistin, einem fliehenden Schwarzen von hinten mehrfach in den Rücken zu schießen, wenn man nachher zu Protokoll gibt, man habe sich bedroht gefühlt. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren Polizistinnen, ich habe ein wenig Angst, ob und wenn ja wann wir in der Bundesrepublik Deutschland US-amerikanische Verhältnisse bekommen. Bi-